Musik Herr Brahmers, Sie sind seit vielen Jahren Organisationsberater mit Schwerpunkt Veränderungsmanagement, Geschäftsprozessmanagement. Da ist ein wichtiges Thema noch immer, sage ich jetzt einmal, das Projektmanagement. Man hat den Eindruck, dieses Thema ist lang am Markt. Es ist unter Umständen schon ein bisschen abgelutscht. Die Frage ist, warum ist ein Projektmanagement im Rahmen der Organisationsentwicklung immer noch so ein wichtiges Thema? Also Projektmanagement, eigentlich ein zentrales Instrument für Organisationsentwicklung noch immer darstellt und ist. Also auch wenn es schon lange am Markt ist, aber man kommt um Projektmanagement eigentlich nicht umhin, wenn man Organisationen verändern will, wenn man was gestalten will drinnen, wenn man was bewegen will. Und zwar in zweierlei Hinsicht eine zentrale Bedeutung. Das eine ist, dass Projektmanagement eben die Möglichkeit schafft, neben der Organisation in einer anderen Art und Weise Dinge anzugehen. In einer anderen Kooperationskultur, mit anderen Spielregeln, wie sich Leute begegnen, dass sich auch andere Leute in anderen Rollen begegnen. Im Unterschied zur Linie, zur Regelorganisation. Und damit wären Dinge möglich, die in der normalen Regelorganisation eigentlich nicht möglich sind, die über eine Überforderung darstellen würden. Das ist das eine. Und das zweite Aspekt, der bezüglich Organisationsentwicklung von Bedeutung ist, ist eigentlich ein indirekter, dass indem ich Projekte abwickele und hier in einer anderen Organisation, in anderen Spielregeln agiere, wird mir erst bewusst, wie meine Regelorganisation eigentlich tickt. Das ist so ähnlich, wie wenn man ins Ausland fährt und da neue Kultur kennenlernt und neue Rituale. Und wir werden auch oft erst bewusst, wie läuft bei uns die Kultur? Wie begegnen wir uns? Was ist bei uns wichtig? Was sind so die Muster? Und da ist ein zweiter Punkt, dass Leute sensibel werden. Wie tickt die Organisation? Was ist funktional? Was ist eher weniger zweckmäßig? Und wo müssen wir vielleicht auch in unserem Tagesgeschäft hier Dinge verändern, damit wir effektiver, effizienter unterwegs sind und uns unseren Zielen nachkommen? Die Herausforderung beim Projektmanagement ist die, dass hier ein anderes Grundprinzip grundgelegt ist. Die Regelorganisation, die Linie, hat im Grund immer Hierarchie, mehr oder weniger Hierarchie als Grundprinzip. Und das Grundprinzip des Projektmanagements von Projekten ist zumindest bei Projekten, die ich für Organisationsentwicklung fahre, ist die Gruppe. Und Hierarchie kommt ja vom griechischen Heilige Ordnung und Heilige Ordnung heißt, dass Projekte immer auch implizit zumindest eine kleine Prüskierung der Linie darstellen. Weil die Heilige Ordnung kann sagen, ich habe versagt, wir haben was nicht zusammengebracht oder wir hätten etwas tun sollen, das ist nicht geschehen und jetzt setzt man ein Projekt auf. Und daher freut sich ein bisschen, bewusst oder unbewusst, die Linie auch immer, wenn bei Projekten was schief geht oder wenn Projekte doch nicht gelingen, weil man sagen kann, Ella Batsch, setz es, das ist nicht so einfach und darum haben es wir nicht gemacht. Sie sprechen jetzt sehr oft die Linie an und das Regelsystem. Gibt es das Regelsystem eigentlich heutzutage noch? Man hat ja den Eindruck, es wird ohnehin, die Organisationen differenzieren sich aus, es gibt sozusagen sehr viele Projekte und umständlich wird überhaupt alles nur mehr in Projekten gemacht. Das gibt es auch, das ist alles im Projekt, aber Regelorganisation würde ich jetzt auch eher nehmen, nicht nur jetzt quasi die harten, ausgeschilderten Strukturen, ich würde wirklich nehmen auch die Kultur, in der eine Organisation sich begegnet. Also wie Begegnung passiert, wie kooperiert wird, wer letztlich, wo letztlich Entscheidungen getroffen werden und das ist von Relevanz. Und das muss eben oft dann im Projekt in einer anderen Art und Weise passieren. Und das ist die Herausforderung. Jetzt ist Projektmanagement da auf dieser Ebene nur ein relativ abstraktes Thema. Was würden Sie denn sagen, sind so zentrale Instrumente oder Methoden des Projektmanagements, die im Rahmen der Organisationsentwicklung verwendet werden? Einer der zentralen Erfolgsfaktoren ist, gerade bei Organisationsentwickeln, das sind ja Vorhaben, wo man für Kollegen und für sich selbst Strukturen verändert, Prozesse verändert. Und das heißt, die Leute, die hier teilnehmen oder für die das gemacht wird, die haben Aktien im Spiel. Das heißt, es ist nicht beliebig. Wenn ich ein Projekt für den Dritten abliefere und ich habe keine Aktien im Spiel, dann kann ich leicht über etwas reden, mich aushandeln und ich finde Lösungen. Wenn ich aber selbst etwas zu verlieren habe, wenn zu Hause Kollegen von mir sitzen und für diese Kollegen denke ich nach und morgen ist die Welt nicht mehr die gleiche, die haben etwas zu verlieren. Die haben hier irgendwelche Geschäfte in der Vergangenheit gemacht. Da gibt es offene Rechnungen. Und plötzlich von heute auf morgen gibt es, wie bei einer Geldabwertung, ist das alles nichts mehr wert. Dann wird die Organisation ja nicht nur warten auf ein Weihnachtsgeschenk, sondern die wird sehr kritisch da schauen und die wird schauen, dass auch die richtigen Weihnachtsgeschenke da eingepackt werden und dann zu Weihnachten auf den Tisch kommen. Und im Gegensatz zu Weihnachten, da kann ich mir nur immer wünschen, oder kann ich nur immer die Weihnachtsgeschichten dann auch zurückgegeben halt. Da gibt es eine Rückgabemöglichkeit in Geschäften. Wenn ich ein Projekt etwas kriege, das kann ich nicht zurückgeben. In dem muss ich dann leben. Also da gibt es eine ganz andere Dynamik. Und daher eines der zentralen Erfolgsaspekte ist, wie weit hier die Hierarchie, die Linie, auch so ein Projekt mit seiner Unterschiedlichkeit zur normalen Tagesorganisation und Kulturen hier auch absichert. Also das wäre ein Punkt. Das zweite ist, wie weit schaffe ich es bei Organisationsentwicklungsprojekten auch geschützte Räume zu schaffen, wo Leute straffrei einmal nachdenken dürfen, wie zweckmäßig ist das zu Hause, was ich habe. Und wo sie nicht fürchten müssen, am Abend, wenn sie nach Hause kommen, dass die Kollegen sie überfallen und sagen, was habt ihr heute gemacht und geredet. Oder dass sie der Vorgesetzte zum Rapport zitiert und dann am nächsten Tag zurückschicken und sagen, das darfst du ja nicht mehr hier. Quasi ansprechen. Und das darf hier nicht Thema werden. Und so braucht es geschützte Räume. Das wäre so ein zweiter Aspekt. Und den kann auch ein Projektteam zum Beispiel alleine nicht halten. Da muss die Hierarchie mithelfen. Ein weiterer Aspekt ist hier, auch Zeit zu geben, dass diese Sicherheit, dieses Vertrauen in einen geschützten Raum hier auch offen etwas auszusprechen. Auch die eigenen Bereiche, den man vertritt, auch in Frage stellen zu können. Braucht es eine Sicherheit und ein Vertrauen. Und es muss so etwas entstehen, wie eine Loyalität, nicht nur die Loyalität zur Heimatorganisation, für die man in ein Projekt kommt, sondern auch Loyalität zur Aufgabenstellung, zum Projekt selbst und zum Projektteam. Also da sind auch soziale Prozesse notwendig. Das Zweite, wenn man am Schluss das zurückspiegelt in die Regelösung, dann bläst ja oft ein rauer, harter Wind zurück. Und dann müssen die Leute, die die Inhalte primär konzipiert haben, müssen da erstaunt halten. Also da braucht es auch ein großes Commitment zu dem, was man macht. Und auch dieses Commitment ist zu produzieren. Da gibt es Instrumente und so fort. Wir waren bis jetzt sehr stark auf der Ebene der Projekte. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf die Ebene gehen jener, die die Projekte einhängen und umsetzen müssen. Also Projektmanager, Managerinnen, auch Führungskräfte. Was würden denn Sie sagen, was sind die drei zentralen Kompetenzen, die ein Projektmanager, Projektmanagerin oder auch Führungskraft die Projektbeantwortung hat? Was sind die drei zentralen Kompetenzen, die der oder die braucht? Naja, ich glaube, das zentrale Um und Auf ist, aber das ist wie für jede kompetente Führungskraft oder Spieler in einer Organisation, dass er sich sowohl auf der Strukturebene bewegen kann, also die richtigen Strukturen schafft, und auf der anderen Seite aber auch auf der Personenebene den Leuten richtig begegnen kann. Und wie ich ganz am Anfang ja gesagt habe, Projekte haben als eines der Grundprinzipien die Gruppe. Und bei der Gruppe ist ja wichtig, dass hier Personen nicht nur wirksam werden mit dem, was sie in der Regelorganisation in ihrem Stellenprofil drinnen haben. Dort sollten ja Personen möglichst nichts anderes machen, weil sonst schaffen sie nur Verwirrung. In einem Projekt will man möglichst das Potenzial der Mitglieder hier aktivieren. Man will auf das zurückgreifen. So ähnlich wie bei einer Pionierorganisation, da macht man auch alles, wo Not an Mann, Frau ist, dort wird hingegriffen. Und das wäre wichtig, dass man quasi hier herausarbeitet, wo sind die Potenziale, und dass man hier Leute aktiviert, dass zum Beispiel auch eingesessene Netzwerke nicht sich wiederholen, sondern dass zum Beispiel auch leise Menschen, Menschen, die in Netzwerken nicht so etabliert sind, aber die für das Projekt Potenzial mitbringen, Bedeutung haben, dass die zum Beispiel aktiviert werden. Dass man soziale Prozesse fährt, wo hier auch so etwas wie eben ein gemeinsames Commitment zur Sache passiert, wie Loyalität entsteht, wo Vertrauen zueinander, also auch soziale Prozesse steuern, dass hier dieser geschützte Raum und diese Sicherheit hier auch gegen die Linie, auch gegen Erwartungen einmal irgendetwas hier zumindest einmal probeweise andenken zu können, virtuell sich in verschiedene Zukunften zu gehen, die nicht nur angenehm sind, die durchaus auch einen Preis haben. Und das wären also so, glaube ich, die zentralen Kompetenzen, und dafür aber auch Strukturen schaffen und auch einen gewissen Grad haben, etwas entgegenzuhalten. Also hier auch der Linie sagen, Stopp! In der Regelorganisation bei anderen Projekten hoch funktional, hier aber ist jetzt etwas gefährdet. Wollen wir das? Oder dürfen wir das nicht? Wie müssen wir jetzt agieren? Was müssen Sie für eine Rolle einnehmen? Was muss ich für eine Rolle einnehmen? Dass das nicht jetzt kontraproduktiv passiert. Also da braucht es ein gewisses Standing, aber auch ein gewisses Fingerspitzengefühl. Was ist jetzt möglich? Und was muss vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten werden? Oder wo muss man was über die Bande spielen? Gleichzeitig aber Achtung, Vorsicht, da schwingt sehr schnell auch Manipulation mit. Und wie auch eine der Grundprinzipien, zumindest für mich, ist immer bei Projekten auch, mit höchster Transparenz zu fahren. Weil alles, was nicht transparent ist, löst sofort hier irgendwelche Manipulationsfantasien aus. Und dann ist meistens genau das gefährdet, was man will, dass man nicht nur eine gute Lösung hat, sondern dass am Ende diese Lösung auch akzeptiert und integriert quasi in das Tagesgeschäft hier ins Laufen kommt und wirksam wird. Es ist ein Einstieg mit sich auf der Strukturebene bewegen zu können. Was meinen Sie damit konkret? Was kann jemand, der sich auf der Strukturebene bewegen kann? Naja, der hat erstens einen Blick für Strukturen. Also der merkt, dass Menschen auf der einen Seite Strukturen verändern, in einer Organisation gleichzeitig, aber auch durch Strukturen gesteuert und gelenkt werden. Und der hat einen Blick dafür, welche Strukturen wirken, welche quasi Marinettenfäen gibt es in dieser Organisation? Und wo sind das Fäen, die hier nicht gut tun? Die zu stark wie ein Gummizug, der sehr stark in eine Richtung zieht. Wo muss es lockerer werden? Wo muss es in eine andere Richtung gezogen werden? Und diesen Blick zu haben und auf der anderen Seite auch Interventionsinstrumentarium darüber zu verfügen, genau diese Strukturen auch produktiv zu verändern, funktional zu machen, zweckmäßiger. Was anders als bisher, was anders als im anderen Projekt, was anders als in der Regelorganisation. Und dafür auch über einen Werkzeugkopf von einem Instrumentarium zu verfügen.